Hallo Leute, KanoDenau hier und willkommen zurück bei CubeWorld. So, ähm, wir waren gerade hier auf dem Berg genau und wollten ja zu dem Boss hier gehen, wo wir unterwegs von einem anderen Boss ein bisschen aufgehalten wurden. Habe ich meinen Gleiter nicht? Ah, ich habe das Boot genommen. Ich brauche den Gleiter, danke. Hopp, wenn wir schon mal so weit oben stehen, dann nützen wir schon mal die Gelegenheit und fliegen wieder ein bisschen. Danke. Ah, der kommt schon noch gleich. Da ist so ein Bull gewesen, den haben wir mal schön ausgelassen. Mal sehen, ob wir noch was von dem... Können wir nichts mehr aufnehmen. Ist nicht so schlimm, wir haben genau ein Lagerfeuer hier. Äh, da wird ich... Das ist das Lagerfeuer hier. Genau, ob da ich drauf bin. Perfekt, so viel, was geht. Starten wir. Mal ein Hartverlauer machen, die wir dabei haben, die... Ja, wollt ihr mich verarschen? Gut, dann kann der Boss sehr stark werden. Na ja, mit zwei Äxten geht das doch schnell dahin. Warte mal. So. Bisschen die Geschwindigkeit erhöhen, natürlich. Nicht, das ist nicht noch fair, Lire. Oh Gott. Wenn man so hoch erhoben sitzt, kann man schnell in einen Baum laufen. Das sind, glaube ich, Hasen hier. Oder? Ja, ein paar Hasen. Gut, die sind mir dann mal egal. Ja, das Schwert haben wir bald erreicht. Nicht mehr lange. Ein paar Alpakas. Johnsons Freunde. Verwandte, Bekannte und Sonstiges. Ein Chicken. Noch ein Lagerfeuer und ein Bett, das brauchen wir aber nicht wirklich. Da, auf dem Berg. Der da hinten. Okay, Kletterpartie, Leute. Na, da auch war ich nicht vollberettet. Ich hasse Kletterpartien. Aber Gold mag ich. Noch kurz hier durchsuchen, wenn wir schon mal hier stehen. So, den Weg können wir uns natürlich schön freisprengen. Hm. Sehr uneffektiv gewesen. Aber. Was ist denn los? Geht doch. Wir haben ja noch eine Einzelbombe. Die ist ja nicht so unbedingt riesenstark. Wenn du da stehen bleibst, Glück gehabt. Gibt's ja nicht. Dann muss doch irgendwie das Wetter gehen, oder? Das sah zumindest so aus. Machen wir mal hier oben ein Loch hin. Mal sehen, was passiert. Sehr wenig. Okay, das hat sich nichts gebracht, aber wir haben ein bisschen was bekommen. Hm. Plus 950. Plus 950. Das nehmen wir. Was hab ich denn hier noch? Hm. Ich glaub, ich sollte mal ein paar Heiltrinken machen. Bevor wir hier hochgehen, wird's mir noch gelingert. Nein, hier was nicht. Sieh. Ich kann nichts davon. Jetzt geht's. So, das sind... Och, Gottchen. Nerven nicht. Und Mega-Wirbel. So. Und nochmal. Du sollst nicht nerven. Ich brauch ein paar Tränke. Stört mich da einfach. Bellen. Hardflowers in die Wasserflasche reinstecken und gut durchschütteln hier. So erklär ich mir zumindest die rote Farbe in den Fläschchen. Könnte hier passen. Ja, aber das ist 59er, da kriegen wir ein paar. Das wird doch... Ja, wir brauchen dann noch... Wasserflaschen. Hab ich da ein paar gekauft letztens? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir mal. Okay. Flaschen hab ich keine mehr. Macht nichts. So. Folge mit meinem Freund. Wir müssen sonst einen Weg suchen. Einen sicheren Übergang. Aufgang. Umgang. Und das wird sich das schwer erweisen. Wisst ihr, wo man hier hochkommt? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Scheinbar nicht. Was haben wir doch. Wir hätten mir einfach nur sagen müssen. Gut. Du hast mal Pause. Und das ist ja. So. So. Und ich glätt euch immer hoch. Die fitte Ruler. geht doch und hoch geht's und noch weiter nehmen wir mal hier rechts das könnte sich als fataler Fehler erweisen ja da habe ich nichts zu festhalten zurückzoomen hier sieht es aber auch schlecht aus na toll und ich habe schon eine Sackgasse gefunden gehen wir mal ein bisschen runter wieder hm, das sieht schlecht aus zum Beispiel kann ich gut klettern aber es sieht immer noch schlecht aus sehr schlecht hier komme ich nicht hoch hier komme ich auch nicht hoch na gottchen wie soll ich denn da hoch? zeigt mir das einer ähm wäre ich doch beim klettern besser da das sieht gut aus hier und komme ich da auf den hoch hier da rüber da rüber da rüber da rüber da rüber da kämpft irgendwo irgendwer ach du meine güte wo hat hier wer gekämpft sagt es mir gleich ich fände sowieso heraus oder auch nicht gut von hier sind wir gekommen aber es hilft mir nicht wirklich weiter ich glaube das sieht so eindeutig nach einem aufgang aus aber hier geht es nicht weiter und rüber fliegen mit dem gleiter ist nicht weil es der höchste berg hier ist da rüber es bringt nichts darauf komme ich auch nicht also dann bringt mir das hier auch nichts weiter da hoch komme ich auch nicht ja sage mal das sieht gut aus und wie komme ich da hoch? ich muss da rauf wie komme ich da rauf? ist da ein Übergang? nee das sieht nicht nach einem Übergang aus hmmmm Problematik große Problematik der Wegfindung 90% des Let's Plätzen vorbei Daniel und du findest immer noch keinen Weg auf diesen Berg hoch irgendwie so könnte ich mir das jetzt sagen gibt es ja nicht hmmmm hm 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 ich komme zwar hier hoch etwas ohne große Probleme aber oben steht auch wieder an hier hoch passt das ist ja schon mal gut gegangen aber wie landen hier weiter? bin zwar gut mit den Klettern aber nicht so gut Autsch 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 ah ich will nicht sterben hier Was zum Hanker mach ich? hm Zum Haar-Aus-Eißen! Hierüber komme ich nicht, das ist nicht möglich. Wenn ich jetzt runterkletter, komme ich dann da irgendwie hoch? Ne, da hoch geht auch nicht. Wenn man schon vorbeigeht, sollte man es auch mitnehmen. Das sieht auch nicht nach der Lösung aus. Und da findet die Lösung erst recht nicht. Hier kann man so schön sehen, da wäre ein Weg so rüber, wo es dann hoch geht. Kein Ding, aber wie komme ich da rauf? Ein Zauberer, den natürlich mal kurz, wenn wir schon noch hier sind. Damit wieder wenigstens ein wichtiger Kampf gemacht wird. Ein Kampf, um weiter Zauberer zu vernichten. Nope. Das geht nicht. Müsste ich von da runter springen. Und wie komme ich da bitte hoch? Müsste ich da schon sein? Ah, das könnte jetzt interessant werden. So, mal schauen, ob das Sinn hat, so wie ich es mir denke. Ich hoffe. Hopp. So. Da hoch haben wir es schon mal geschafft. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und ich wünsche mir einen Sprecher-Button. So, komm. Ach Gott. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Hui. Okay. Jetzt wäre wieder so ein Sprecher-Button praktisch. Dann können wir schauen hier. Passt. Den haben wir auch. Na. Man kann ihn doch auch bezwingen. Gut. Dann holen wir uns mal den SnowRunner. Das sind nur Käfer wieder mal. Aber unterschätzen sie nie einen gutenden Käfer. Zerstören wir mal seine ganzen Verbündeten um ihn. Und dann holen wir uns den Boss. Komm und her. Reifuß. Reifuß. Da war ein Lift-Over dabei. Ja. Und das ist richtig. Perfekt. So. Oh. Gut. Und jetzt kommt der Boss noch an die Reihe. Das passt genau rein. Komm, mein SnowRunner. Den schnappen wir uns. Oh. Oh. Komm. 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 Schauen wir uns mit dem Schaden. Passt. Okay. Das geht sehr langsam runter. Okay. Er kann sich auch wibbeln. Das war jetzt nicht so gedacht. Button smashen. Du wibbelst jetzt nicht. Nicht, wenn ich dich angreife. Jetzt wibbel ich mich mal. Wieder. So. Machst du mich auch kennen. Der SnowRunner kippt alles. Schlag für Schlag. Oh. Okay. Das war's mit dem SnowRunner. Das ist auch für ihn zu viel. Der Sektor-Modus kurz. Und weiter geht's. Die Hälfte haben wir schon mal. Ich bin mir sicher, dass mein Handy gleich verhalten wird. Ja. So. SnowRunner wieder weg. Aber wir haben ja genug Heiltränke gemacht. Das tut uns ja nichts. Wenn der sich kurz mal wirbeln will. Soll er doch machen. So oft wie wir uns wirbeln. Und weiter geht's. Weg von den Betten. Nicht, dass du dich hinlegst. Eine Runde pennst. Nein. Kein sauber. Wetter, 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 Wetter. Und aufwirbeln. Wetter. 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 Also wir haben schon mal die Hälfte geschafft. Wir mit Smash heben uns auf. Das ist eine Wibble-Attacke. Dass wir ihn unterbrechen können. Und also wir haben schon mal die Hälfte geschafft. Aber er kommt nicht nur wirklich zum Wirbel. Jetzt wirbeln wir dafür. Und weiter geht's, mal schauen was ich von ihm bekomme. Kurz was trinken. Jetzt hat er das Mesh verbraucht, aber wir sehen was passiert. Weiter. Und... Oh, das war knapp. Ich habe ihn nicht umgehauen. Trotz Wirbel. Jetzt wirbel ich mich. Dreck mir nur was. Komm schon, Snow Wanner. Perfekt, da ist er wieder. Komm, 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 komm. Die Musik ist etwas viel zu leise für den Kampf. Und dann hat er das Lack von mir. Dann hat er das Lack von mir. Wehe, da ist der Lack von mir. So, wie ist das? Das ist der Lack von mir. So, der Lack von mir. Jawoll. So, Fire Spirit 61 und ja, ein Level Up haben wir bekommen, oder? Doch nicht. Doch, haben wir. Bäh, wie merkt man so schwer? Gut, dann machen wir noch ein bisschen Gleiten und noch ein bisschen Boot fahren, weil das brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Perfekt. Wir sind kurz vor unserem Weg abgekommen, zum Meer. Ich werde mich jetzt wieder richtig ausrichten. So, ich gehe rauf. Gut, Leute. Nächste Folge geht es noch weiter in Richtung Meer mit den Booten. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und auch noch schöne Feiertage. Bis dahin, sieh. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020